Ein kleiner Ausflug in die Geometrie. Ich habe hier schon etwas vorbereitet, einen Rechtecksrechner. Ich habe hier zwei Formeln rausgesucht. Einmal möchte ich die Fläche ausrechnen und einmal den Umfang dieses Rechtecks. Hier oben habe ich schon entsprechende Werte gesetzt, die Formel für die Fläche. Hier müssen wir dann auch Quadratzentimeter schreiben, heißt A ist gleich A mal B. Wir könnten jetzt hier natürlich hinschreiben, ist gleich 45 mal 30. Das machen wir mal nicht. Wir geben hier einfach den Zellbezug an, mal F6. Und das Ergebnis ist natürlich etwas zu groß für die Zelle, darum müssen wir die Spalte hier etwas erweitern. Und wir haben hier 1350. Der Vorteil ist jetzt, wenn ich hier oben die Werte ändere, dann wird sofort das neue Ergebnis ausgegeben. Die nächste Formel ist etwas komplizierter, ist gleich 2 mal Klammer auf. Und jetzt wieder nicht 50 plus 30, sondern der Zellbezug F4 plus F6, Klammer zu. Und fertig ist die Berechnung. Hier unten haben wir einen Quader dargestellt, wieder die Seiten A, B, C. Hier sind auch schon die entsprechenden Werte gesetzt. Hier verhält es sich genauso. Die Volumenberechnung, da kommt dann Kopik raus. SA mal B mal C, das heißt hier ganz einfach, rechnen wir hier diese Zelle mal diese Zelle, halt diese Zelle hier mal diese Zelle und bekommen dann 6000 Kubikzentimeter raus. Bei der Oberfläche ist es etwas komplizierter, allerdings nicht unmöglich. Also 2 mal Klammer auf und jetzt müssen wir aufpassen. A mal B, das wären also diese beiden Zellen mal B, dann Klammer zu, plus 2 mal, wieder Klammer auf, diesmal ist A mal C dran, also F29 und F33, wieder Klammer zu, plus 2 mal Klammer auf und dann haben wir noch B und C. Das bedeutet hier also F31 mal F33. und damit haben wir dann die Oberfläche dieses Quaders ausgerechnet.